Karat von Kreation Baumann. Ein halbtransparenter, dekorativer Metallic-Vorhangstoff. Der Vorhangstoff besteht aus schwer entflammbarem Polyester. Der Tagesvorhang ist transparent. Der Griff ist metallisch kühl. Bringen Sie Karat in die Reinigung. Die Reinigung muss schonend gemacht werden. Der Einsprung kann 1,5% betragen. Der Fall der Gardine ist steif. Karat ist ein sehr auffälliges Element in einem Einrichtungskonzept. Das auffällige Muster muss gut integriert werden. Mit Hilfe einer Lasertechnik wird die Alubedampfung vom Grundgewebe weggelasert und es entsteht dieses schöne Muster. In diesen zwei Videos zeigen wir Ihnen noch andere funktionelle Vorhänge von Kreation Baumann.